Nachdem wir nun schon die kombinierten Fragmente für Verzweigungen und Schleifen kennengelernt haben, wollen wir uns nun weiteren kombinierten Fragmenten widmen. Nämlich einerseits jenen zu Nebenläufigkeit und Ordnung und andererseits jenen zur Filterung und Zusicherung. Bei den kombinierten Fragmenten zur Nebenläufigkeit und Ordnung wollen wir zuerst den Sequence-Operator SEQ behandeln. Dieser entspricht einer sequentiellen Interaktion mit schwacher Ordnung. Das Ganze ist auch der Default-Wert und entspricht semantisch dem, was wir bis jetzt auch immer unterstellt hatten, nämlich dass die Reihenfolge der Ereigniseintritte auf einer Lebenslinie relevant ist. Zwischen den Lebenslinien ist es jedoch nur dann signifikant, wenn ein Nachrichtenaustausch stattfindet. Es gilt auch, dass der SEQ-Operator nur einen Operanten braucht. Ich kann zur optischen Gruppierung mehrere Operanten einsetzen, das ist jedoch nicht zwingend und wird auch eher selten genutzt. Sehen wir uns jetzt dieses Beispiel hier an. Ich kann in diesem Beispiel festhalten, dass A vor B ausgeführt werden muss und B auch vor D ausgeführt werden muss und D vor E ausgeführt werden muss. Das heißt, es gilt auf jeden Fall A vor B, vor D und vor E. Die Frage ist nun, wann wird C ausgeführt? Also C muss jedenfalls vor D ausgeführt werden und auch vor E ausgeführt werden. Jedoch teilen sich das C, das A und B keine gemeinsame Lebenslinie. Daher kann ich keine Aussage darüber treffen, wann C im Verhältnis zu A und B ausgeführt wird. Nämlich C könnte vor A und B, zwischen A und B oder nach A und B ausgeführt werden. Und je nachdem, wann C ausgeführt wird, zu Beginn, zwischendrin oder danach, habe ich drei verschiedene gültige Traces für dieses Sequenzdiagramm. Hatte der Operator SEG eine schwache Ordnung, so hat der strikt Operator nun eine sequenzielle Interaktion mit strenger Ordnung. Das bedeutet, dass die Reihenfolge auf unterschiedlichen Lebenslinien von unterschiedlichen Operanten nun doch signifikant ist. Wir haben das Beispiel von vorher. Vorher war es so, dass C sich keine Lebenslinie teilt mit A und B. Und wenn ich hier jetzt strikt anwende, dann ist diese Reihenfolge doch relevant auf unterschiedlichen Lebenslinien. Das heißt, ich kann hier festhalten, dass C jedenfalls nach A und B kommen muss. Dass die Reihenfolge A, B und erst viel später D, E relevant ist, haben wir gegeben. Daher kann ich C nur nach A und B anordnen und der einzig gültige Trace wäre dann A, B, C, D und E. Hier noch ein kurzes Beispiel für den strikt Operator. Wir haben hier die Nachricht Register, die von Student zu Student Admin System gesendet wird. Und wir haben die Nachricht Print von Lecturer an Printer. Und die sind in zwei verschiedenen Operanten, die durch strikt definiert sind. Das bedeutet, auch wenn die beiden Nachrichten sich keine Lebenslinie teilen, gilt, dass zuerst Register durchgeführt werden muss und erst später wird das Print angestoßen. Ein sehr häufig verwendeter Operator ist der Paar-Operator zur Modellierung der Parallelität. Das heißt, damit modelliere ich nebenläufige Interaktionen. Es gilt, dass wir zumindest zwei nebenläufige Operanten haben müssen. Die Reihenfolge innerhalb eines Operants bleibt relevant, jedoch die Reihenfolge zwischen den Operanten ist eine Parallelität. Schauen wir uns das am Beispiel an. Hier haben wir zwei Operanten. Im ersten ist festgelegt, dass A vor B durchgeführt wird und im zweiten, dass C vor D und vor E durchgeführt wird. Jetzt sind alle Traces möglich, wo diese fünf Nachrichten angeführt werden und bei denen zumindest gilt, dass immer A vor B ist, auch wenn dazwischen was anderes passiert, und auch immer gilt, dass C vor D und vor E ist. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist es ein gültiger Trace. Hier sehen wir noch ein Beispiel für den Parallel-Operator wieder mit unseren drei bekannten Objekten. Wir haben in diesem Fall einen Parallel-Operator mit drei Operanten. Im ersten Operant ist festgelegt, dass Query vor Register erfolgen muss. Der zweite und der dritte Operant haben jeweils nur eine Interaktion, nämlich Announce, Examen und Reserve, Lecture, Hold. Und gültige Traces für dieses Sequenzdiagramm sind jegliche Anordnung dieser vier Interaktionen, wobei nur eins erfüllt sein muss, nämlich das Query vor Register ausgeführt wird. Wir haben festgehalten, dass die Reihenfolge von Ereignisspezifikationen auf derselben Lebenslinie eine zeitliche Relevanz hat. Möchte ich nun diese zeitliche Relevanz aufheben, das heißt nebenläufige Interaktionen auf einer Lebenslinie erlauben, so definiere ich eine Co-Region. Eine Co-Region wird durch diese eckigen Klammern definiert, das heißt hier eine öffnende und hier eine schließende Klammer und dann können die Ereigniseintritte im Bereich dieser Co-Region in beliebiger Reihenfolge abgearbeitet werden. Das heißt, ich hebe die Zeitdimension auf. Und das gilt nicht nur für die direkt inkludierten Interaktionen, sondern auch für alle Interaktionen, die sich in eventuellen kombinierten Fragmenten auf dieser Lebenslinie innerhalb der Co-Region befinden. Die Co-Region wollen wir auch nochmal am folgenden Beispiel verdeutlichen. Wir haben hier ein ähnliches Beispiel wie zuvor beim Parallel-Operator. Das heißt, wir verwenden wieder dieselben vier Interaktionen. Nur verwenden wir nicht einen Parallel-Operator, sondern innerhalb dieses Beispiels haben wir eine Co-Region auf der Lebenslinie des Lecturers. Diese Co-Region führt dazu, dass die zeitliche Ordnung auf dieser Lebenslinie für diese drei Interaktionen aufgehoben wird. Das heißt, diese drei Interaktionen können in beliebiger Reihenfolge erfolgen. Damit wird auch die Reihenfolge auf dieser Lebenslinie aufgehoben. Es gilt jedoch weiterhin, dass Query vor Register erfolgen muss. Denn Register ist nicht Teil dieser Co-Region und die Ordnung auf dieser Lebenslinie gilt weiterhin. Somit ist das Ergebnis letztendlich das gleiche wie vorher beim Parallel-Operator. Diese vier Interaktionen können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden, solange Query vor Register ausgeführt wird. Der Critical Operator dient dazu, einen atomaren, nicht unterbrechenbaren Interaktionsablauf zu definieren. Wir nehmen hier das Beispiel, das wir schon vom Parallel-Operator kennen und fügen zusätzlich über die beiden Interaktionen C und D einen Critical Operator ein. Das bedeutet, C und D teilen sich hier eine Lebenslinie. Das heißt, es wird C jedenfalls vor D ausgeführt und zusätzlich sei dieser Bereich atomar, nicht unterbrechenbar. Das heißt, zwischen C und D darf nichts ausgeführt werden und in anderen Worten D wird direkt nach C ausgeführt. Somit bleibt eine gültige Trace-Eigenschaft, dass C und D in der Reihenfolge nicht unterbrochen ausgeführt wird. E wird jedenfalls nach den beiden ausgeführt und A wird vor B ausgeführt. Das ist jedoch parallel. A, B ist parallel zu C, D und E und somit ergeben sich die folgenden sechs Traces. Hier sehen wir noch ein Beispiel, in dem ein Critical Operator in einen Parallel Operator eingebettet ist. Innerhalb von Critical haben wir definiert, dass GetExamDate direkt vor Register ausgeführt wird. Die beiden dürfen nicht unterbrochen werden. Die sind auch die einzigen Interaktionen im ersten Parallel Operanten und im zweiten Parallel Operanten befindet sich Register. Das bedeutet, die werden parallel ausgeführt, das darf aber nicht unterbrochen werden. Das bedeutet, es gibt nur zwei Traces, nämlich entweder die beiden werden zuerst ausgeführt und als letztes Register oder Register als erstes und danach GetExamDate und Register. Mit Hilfe des Ignore Operators kann ich irrelevante Nachrichten, die damit optional werden, modellieren. Das heißt, diese irrelevanten Nachrichten haben keine Einfluss auf die Funktionalität, die mit dem Sequenzdiagramm modelliert wird. Sehen wir uns das am Beispiel an. Wir haben hier ein kombiniertes Fragment. Der Operator ist Ignore. Dieses kombinierte Fragment hat drei Interaktionen, nämlich Login, Status und Register. Und bei Ignore werden in geschwungenen Klammern die irrelevanten Nachrichten angegeben. Das ist die Nachricht Status. Dementsprechend ist die Ausführung dieser Interaktion optional und es würde reichen, wenn in einem Trace nur Login und Register vorkommen. Der Consider Operator ist der inverse Operator zum Ignore. Das bedeutet, in einem Consider Fragment gebe ich nach Consider jene Nachrichten an, die unbedingt ausgeführt werden müssen. Alle anderen Nachrichten werden als nicht relevant eingestuft und müssen nicht ausgeführt werden. Das heißt, wenn hier nach Consider Login und Register als relevant definiert werden, müssen diese beiden ausgeführt werden, Status jedoch nicht. Hier sehen wir Ignore und Consider noch einmal gegenübergestellt. Beide Sequenzdiagramme modellieren den äquivalenten Sachverhalt. Ich kann angeben, entweder Ignore Status, dann werden nur Login und Register unbedingt ausgeführt. Status ist optional. Oder ich gebe eben an, nach Consider Login und Register und damit lege ich ebenfalls fest, dass Status optional ist. Der Assert Operator hat nur einen Operanten und dieser drückt aus, dass die Interaktion als verpflichtend gesehen wird. Alles was ich damit erreiche ist, dass ich weitergebe an die Implementierung, dass hier unbedingt getreu dieses Sequenzdiagramm implementiert werden muss. Keine Abweichungen erlaubt sind. Der letzte Operator, den wir berücksichtigen, ist der NEC-Operator. Er dient zur Beschreibung von ungültigen Interaktionsabläufen. Also wir beschreiben Situationen, wie sie eben nicht vorkommen sollten. Der Zweck ist, wenn ich typische Fehler kenne und dem Implementierer mitteilen möchte, wie eben etwas nicht oder keinesfalls ablaufen sollte. Er wird natürlich spärlich eingesetzt, weil wir ja normal das modellieren, wie etwas ablaufen sollte. Diesem Beispiel hätten wir hier diesen NEC-Operator und hier sollte kein Aufruf von Register erfolgen. Beispielsweise in einer Situation, wo der, die Studierende noch gar nicht eingeloggt ist. Damit sind wir schon am Ende zu den kombinierten Fragmenten für Nebenläufigkeit und Ordnung sowie Filterung und Zusicherung. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass wir am Ende der Einheiten zum Sequenzdiagramm angelangt sind. Wir sind also nun in der Lage, Nachrichtenfolgen in einem Sequenzdiagramm zu modellieren, um eine gewisse geforderte Funktionalität zu erreichen.